Knittlingen ist eine Stadt im Ennskreis in Baden-Württemberg, etwa 20 Kilometer nördlich von Pforzheim und 30 Kilometer östlich von Karlsruhe, am Rande des Kraichgaus im Naherholungsgebiet Stromberg. Geografie Knittlingen liegt am Übergang des Kraichgaus in den Stromberg. Nachbargemeinden sind von Nord nach Süd, Oberderdingen, Bretten, Neulingen, Ölbronndörn, Maulbronn und Sternenfels. Die Stadt Knittlingen besteht aus den drei Stadtteilen Stadt Knittlingen, Freudenstein, Hohenklingen und Kleinwila. Die Stadtteile sind räumlich identisch mit den früheren Gemeinden mit entsprechenden Namen. Ihre offizielle Benennung erfolgt in der Form Knittlingen. Die Stadtteile bilden zugleich Wohnbezirke im Sinne der baden-württembergischen Gemeindeordnung. Im Stadtteil Freudenstein-Hohenklingen ist eine Ortschaft im Sinne der baden-württembergischen Gemeindeordnung mit eigenem Ortschaftsrat und Ortsvorsteher als dessen Vorsitzender eingerichtet. Zum Stadtteil Freudenstein-Hohenklingen gehören die Dörfer Freudenstein und Hohenklingen, die beide zusammengewachsen sind. Zum Stadtteil Kleinwila gehört das Dorf Kleinwila. Zum Stadtteil Knittlingen gehören die Stadt Knittlingen, das Gehöftbüschlehof und die Häuserpflegmühle und Störmühle. Im Stadtteil Knittlingen liegen die Wüstungen Weisach-Oberhofen und Altenhofen. Siehe auch, Geschichte, der in fränkischer Zeit gegründete Ort ist für das Jahr 843 als 10 Jutlingern urkundlich erwähnt. Aus dem Besitz verschiedener geistlicher und weltlicher Herrschaftsträger, darunter auch der Magrafschaft Baden, kristallisierte sich das Kloster Maulbrunn schließlich als alleiniger Inhaber heraus. Im Jahr 1490 richtete der römisch-deutsche König und spätere Kaiser Maximilian I. Die erste regelmäßig betriebene Postroute Europas zwischen Innsbruck und den Niederlanden ein. Knittlingen ist 1495 und 1499 als Poststation belegt. 1499 als Poststation aufgegeben wurde es 1563 erneut Station und ersetzte Didelsheim bei Bretten. Die Postverbindung brachte viel Leben in die Kleinstadt. Knittlingen wurde 1360, 1632 und 1692 vollständig zerstört und hatte auch sonst durch Belagerungen, Brände, Plünderungen viel zu leiden. Pfalz, Graf Philipp zog von hier am 10. Mai 1534 mit seinen Truppen nach Laufen und bezog im dortigen Wiesental und auf den Seugbergenlager. 1632 wurde Knittlingen im Dreißigjährigen Krieg durch Truppen des kaiserlichen Generals Ernesto Monteco Colli niedergebrannt. Die wichtige Handelsstraße von Frankfurt am Main über Speyer nach Cannstatt führte mitten durch Knittlingen. Knittlingen gehörte dem Kloster Maulbrunn an und somit seit Anfang des 16. Jahrhunderts zu Württemberg. Knittlingen erhielt 1840 offiziell das Stadtrecht verliehen. Ab 1806 gehörte Knittlingen wie seine beiden Stadtteile zum Oberamt Maulbrunn und von 1938 bis 1972 zum Landkreis Vahingen. Seit der Auflösung dieses Landkreises gehört Knittlingen zum Entskreis im Regierungsbezirk Karlsruhe. Die heutige Stadt wurde am 9. August 1975 durch Vereinigung der Stadt Knittlingen und der Gemeinde Freudenstein neu gebildet. Bereits am 15. Februar 1972 wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde Kleinwiel A. nach Knittlingen eingemeindet. Großvillas, das bis 1972 teilweise zu Knittlingen gehörte, kam im selben Jahr an die Gemeinde Oberderdingen. Das religiöse Leben in Knittlingen ist sehr vielfältig. Neben drei für die verschiedenen Ortsteile zuständigen evangelischen Gemeinden und einem römisch-katholischen Pfarramt Heiliggeist sind auch die evangelisch-methodistische Kirche und die neu-apostolische Kirche vertreten. Kirchengemeinde Knittlingen Eine Kirche wird bereits 1148 erstmals erwähnt. 1422 wird sie Senkt Georgskirche genannt. Sie lag außerhalb der Stadt und war wohl Frühfahrkirche für Knittlingen, Diefenbach und Freudenstein sowie für Maulbronn. 1289 war sie dem Kloster Maulbronn inkorporiert. Nach Zerstörung der Kirche wurde diese im 18. Jahrhundert abgetragen. In der Stadtmitte bestand eine Kapelle, die der Mutter Gottes sowie Johannes dem Täufer und Johannes Evangelist geweiht war. Sie wurde nach der Reformation evangelische Hauptkirche der Stadt. Das Schiff und der Turm stammt aus dem 13. Jahrhundert. Der Chor ist spätgotisch. Kirchengemeinde Freudenstein Die Kirchengemeinde Freudenstein umfasst die Stadtteile Freudenstein und Hohenklingen der Stadt Knittlingen. Die Kirche Sankt-Gallus war weißenburgisches Lehn. Die heutige Kirche wurde 1753 erbaut. Im Stadtteil Hohenklingen gibt es eine spätgotische Filierkirche. Kirchengemeinde Kleinwiela Die Kirchengemeinde Kleinwiela umfasst den Stadtteil Kleinwiela der Stadt Knittlingen. Der Ort ist eine Waldenser Siedlung, die ab 1699 auf Gemarkungen der Stadt Knittlingen und der Gemeinde Ölbronn entstand. Eine Kirche wurde erst 1737 erbaut. Politisch bildete Kleinwiela bis 1826 eine Gemeinde mit dem benachbarten Großvillas wurde dann selbstständige Gemeinde. Die zunächst reformierte Kirchengemeinde Kleinwiela wurde Anfang des 19. Jahrhunderts in die Württembergische Landeskirche eingegliedert. Seit 1876 wird der Ort von der Nachbarpfarrei Höhleborn betreut. Einwohnerentwicklung 1500, etwa 2000, 2005, 7614, 2007, 7700, 03, 2009, 7927, 12 2010, 7718. Politik Die Kommunalwahl am 25. Mai 2014 führte in Knittlingen zu folgendem amtlichen Endergebnis. Der Gemeinderat besteht aus den gewählten ehrenamtlichen Gemeinderäten und dem Bürgermeister als Vorsitzendem. Der Bürgermeister ist im Gemeinderat stimmberechtigt. Seit 1997 Die Blasonierung des Wappens lautet Partnerschaften Knittlingen unterhält seit 11. Juni 2010 Partnerschaften mit Bünnauern Spanien, Montejag Spanien, Wirtschaft und Infrastruktur. Knittlingen ist ein Weinbauort mit der Lage Reichshalde. Ein großes Gewerbegebiet an der B35 Ausfahrt Knittlingen Mitte ist in Bebauung. Knittlingen ist Dienstleistungszentrum für den Nordwestenskreis. Es befinden sich dort zahlreiche Ärzte, Zahnärzte, Apotheken, Banken und Versicherungsagenturen. Des Weiteren sind auch zahlreiche Geschäfte und Discounter im Ort. Wichtigste Verkehrsanbindung ist die Bundesstraße 35, Teil der ehemals geplanten Bundesautobahn 80. Des Weiteren bestehen folgende zusätzliche Verkehrsanbindungen. B 293 Heilbronn-Finsthal in Bretten und in Oberderdingen. B 294 Bretten Freiburg im Breisgau in Neulingen. Im Stadtteil Kleinwiela befindet sich der Bahnhaltepunkt Knittlingen-Kleinwiela. Er liegt an der Württembergischen Westbahn und wird von der Linie S9 der Stadtbahn Karlsruhe bedient. Knittlingen gehört zum Verkehrsverbund Pforzheim ins Kreis aus und ins KVV-Gebiet gelten auch KVV-Fahrkarten. Knittlingen ist Schulzentrum für den nordwestlichen Entskreis. Mit der Dr. Johannes Faust Schule gibt es eine Grund-, Haupt- und Realschule. Somit besuchen Schüler aus Mauelbronn, Ölbronn-Dörn, Sternenfels, Neulingen, Ötesheim, Kieselbronn und sogar aus Oberderdingen das Knittlinger Schulzentrum. Im Ortsteil Freudenstein gibt es eine weitere Grundschule. Daneben gibt es fünf Kindergärten, Kultur- und Sehenswürdigkeiten. In Knittlingen befinden sich heute ein umfangreiches Faustarchiv und ein Faustmuseum. Bauwerke Faustmuseum, Steinhaus, Sankt, Leonherzkirche, Kirchplatz, Steinhaus, Fachwerkhäuser an der Marktstraße, Veranstaltungen Alle zwei Jahre findet in der historischen Marktstraße das Fauststadtfest statt. Am 11. August 2007 fuhr durch Knittlingen die Deutschland-Tour. Dort fand auch eine Zwischenzeitnahme statt. Persönlichkeiten Nach nicht gesicherten Quellen ist Knittlingen der Geburtsort des wandernden Magiers Alchimisten und Wasagas Doktor, Johann Georg Faust. In Knittlingen wurde die erfolgreiche Schlagerband die Flippers gegründet. Knittlingen ist Wohnsitz der Bandmitglieder Manfred Dörben und Bernd Hengst. Söhne und Töchter der Stadt Stephan Gerlach, evangelischer Theologe und Prediger. Ludwig Waser, Jurist und Abgeordneter im Württembergischen Landtag. Friedrich Winker, Politiker, Landtagsabgeordneter von 1919 bis 1933. Eduard Leutze, FDP und DVP-Politiker, MDB, MDL, Baden-Württembergischer Wirtschaftsminister. Adolf Steinhofer, Chemiker, Vorstandsvorsitzender der BASFHG. Klaus Brotbeck, Bürgermeister und Landrat. Sebastian Kienle, Triathlet. Weitere Persönlichkeiten, die mit der Stadt in Verbindung stehen. Bernd Hengst, Wohnhaft in Knittlingen. Manfred Dörben, Wohnhaft in Knittlingen. Sebastian Kienle, deutscher Triathlet. Bernd Hengst, Wohnhaft in Knittlingen.